Also wir haben vier Gesichtsserien und wir haben vier Körperserien. Es sind so circa 50 Produkte, die wir in unserer Bio- und Naturkosmetik haben und diese glaube ich alle auch bei sich im Hotel haben. Für den Herrn in der Runde mit dieser Reinigungsmilch kann sie auch super schön rasieren. In jedem unserer Produkte haben wir quasi immer ein hauptätherisches Öl und ein Samenöl. Ätherische Öle sind acht bis zehn Minuten nach Auftrag in der Blutwand als Maske ein bis zwei Mal in der Woche empfehlen. Immer wieder als frische Kick für die Haut, als besondere Pflege für die Haut. Also ich bin ein Fan von der Regitalmaske, weil die witzelt so schön bei mir. Da merke ich einfach, dass da passiert was. Ich frage Ihnen jetzt den Effekt von diesem Roller im Grunde. Aber ich kann ja nicht zu den Kunden mitgehen und da Roller. Das wäre ja nicht gerade hygienisch. Und deswegen haben wir die Löffelchen. Sie nehmen sich den Löffel und machen da großzügig das Augengel drauf. Das ist ein wunderbares Augengel, das super schnell erfrischt die Augen. Unterlid, Oberlid, Sonnenstrahlen und die Denkerpfeilchen. Der glühende Effekt wird natürlich auch nochmal abschwellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020